Ja, Hedge kommt zurück zu World War Z. Es gibt einen neuen DLC. Ja, äh, zusammen mit dem Korb, das ist natürlich zusammen zurück mit Fabi. Und es gibt den DLC Valley of the Zag, ganz überraschend. Nach um einem Jahr, wo das GameCamp Update mehr bekommen hat, hat es jetzt eine neue Erweiterung quasi. Das sind drei neue Missionen und wir fangen an mit der Schleichweg. Ich spiel mal kurz, Alter, schon gleich einen von den neuen. Ich glaub, das wusste automatisch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Naja, wir haben immer auf das Hauptspiel gespielt, ne? Klar. Und, ja. Im Gefecht mit Infizierten wird die Nachhut von Phoenix Konvoi abgeschlossen, äh, abgeschnitten. Sie müssen einen einheitlichen Weg zum Treffpunkt in Tempe finden oder riskieren, zurückgelassen zu werden. Ah, hier, bevor es der Charakter ist. Rumpenführer hat Batchmaking. Super. Ich nehm hier mal die Mia. Klasse, hatte ich Revolverheld, ja, okay. Passiert bei dir schon was? Ja, bei mir steht, du musst bereit drücken. Oh. Ach, hier. Ah, okay. Schön, dass er selber drauf drücken muss. Wieso kann ich den Dings nicht ändern? Kann ich den Charakter nicht ändern, weil du die DLC nicht hast. Ernsthaft? Ja. Das sind Bullshit. Gab bisher nur halt keinen DLC, wo wir es... Aber wenn einer kurz das wählen, weil du auch Aftermath hattest, weil die die Aftermath nicht haben können, dazu will ich auch nicht die Charaktere wählen. Nee, der Post-Only hat nur Zugriff auf die Charaktere und die Maps. Ist das Blödsinn. Ja, sei froh, dass wir wenigstens spielen können, nicht so wie in gewissen anderen Zombiespielen, wo es nicht geht. Das stimmt, ja. Was kann ich mir widerspiegeln, ey? Oder nicht zu sterben. Schau? Das stimmt. Bear patrol, das ist Convoy Actual. Request nach SIDREP. Over. Explosion compromised our route. Request nach instrucciations. Over. Again, so sorry about that. It wasn't your fault. Yes, it was. Rear patrol, recommend alternate route. Rendezvous with convoy in Tempe. Maintain radio contact. Over and out. Copy that. Rear patrol. Wow. So, what do we do? It's left to right, and right exploded. All the way to Tempe, without backup? Don't worry, Mia. If you're smart, you'll make it. Also, elf war Nahkampf schon mal. Ah, cool. We should follow those tracks to west. If we're lucky, they should head to Tempe. So, genau, ready after sick heists. Come on. Haben am, äh... Wurde an Halloween angekündigt. Und kam jetzt Ende November raus. Der ist nur für die, die Aftermath gekauft haben. Also, nochmal zur Unterscheidung. Also, die Ursprungsversion gibt's auch noch zu kaufen. Aber nur die, die auch Aftermath haben, können den hier aufstehen. Aftermath ist die Version, die später nochmal rauskam. Auch für andere, während der Ursprungs-Volvo, sie ja nur für den Epic Games Launcher rauskam. Ja, aber ich hab's doch auch mal bestätigt, Tobi. Ja, aber du hast eben auch die Aftermath-Version nochmal gekauft gehabt, Tobi. Aber du es nicht mehr weißt, du musst die nochmal gekauft haben. Weil wir haben es damals über Epic ursprünglich gespielt, ganz früher. Ja, aber wieso habe ich das? Den dealet sie dann nicht. Weil du einen extra kaufen musst. Aber wenn du überhaupt kaufen zu können, musst du die, äh, erweiterte Version besitzen. Ach so. Darf sich die Kundenversion haben. Ja, warum man die Kundenversion noch spielt, wenn es Aftermath schon gibt. Aftermath kamen ja dann noch zwei Kampagnen dazu. Das war ja diese, äh, zweite Tokio-Kampagne und die, äh, Rollmer. Also, ich ja, die, ne? Rollmer. Die kommen aus Rom. Die Kampagne heißt Rom. Also, ging ich jetzt, das habe ich jetzt gut gemerkt. Merke aber hier schon an manchen Stellen hakt es ein bisschen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Haben sie nicht so ganz gepolished. Das ist zwar nicht so wie ganz andere Spiele, die wir nun dran spielen. Trotzdem noch Spiele braucht. Ich habe nur gelesen hier, äh, review-technisch soll alles echt gut sein, Content, aber wir müssen schon mal gehört, das war wie die, die dritten Level. Da wird wohl der End-Caskado, aber der Finale quasi soll da sehr, sehr, sehr blödprogrammiert sein. Müssen wir auch vorbereiten, bis es könnte ein bisschen frustig werden. Ah, super, aber hier wieder das perfekte Spiel für mich. Ja, das sind halt Love-for-dead-Likes, die könnten wir schon mal auch ein bisschen unfair werden. Wo man sie nur auf normal spielt. Und das Review, wo das einer gesagt hat, war auch von, ähm, war auch der Single, der gespielt hat. Also, wenn man das Bord spielt, finde ich auch noch mal ein bisschen schwerer, klar. Kannst du eigentlich springen? Ich kann nur Trätern halt, ne? Okay, springen gibt's nicht. Gut. Wusste ich nämlich nicht mehr. Ich dachte, mein erstes ist kaputt. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht mehr. Gott. Auto-Turrets. Ich glaube, eine neue Special-Zombie hat mit dabei nicht. Geht man schon irgendwie wegrollen? Nee, ich hoffe nicht, dass das geht. Oh-oh. Schade da, ey. Ich habe keine App zum Benutzen, aber es ist eh, wenn es viele verschiedene Spiele spielt gleichzeitig. Schade da, ey. Ja. Ja. Gib mir etwas gut. Jetzt ist das, was ich spreche. Das ist das, was ich spreche. Das ist die richtige Richtung. Es ist schwer zu wissen. Ich bin froh, dass ich wieder draußen bin. Bleib ruhig. Reloading! We've got an Infector! Infector dead! We've got an Infector! Dude! Mets! Do you see that marker? Electrocution for this zombie on the go! Damn! This panel won't do shit until those doors are powered! Tighten up, people! We have Zeke incoming! You need to watch out for those guys! Hast du irgendwo Munition entdeckt? Nee, noch nirgends tatsächlich! Super! This should hold them back! Oh, here drinnen! Everybody back! Achso, der Verteidigung, genau! Mörder kann ich oben aufstellen, wie kommt man denn aufs Dach? Ah, hier! Yeah! Stay quiet! Stay quiet! Stationary gun, stationary, and gun! Okay! Enemy incoming! What am I? That's an ocean violation right there! Okay, brauchen Benzin! Yeah! This thing's not gonna run much longer without gas! Okay, brauchen Benzin! They're moving in! Can you help me? I can help me! I can help you! I can help you! I can help you! Well, on the ground, I can help you! I can help you! You can help me! You can help me! For the super tollen teammates here! I can help you! I can help you! I can help you! Let's go! Shut up! Firing fire! That's it! It's over! Who's next?! 1 SOMEBODY HELP THEM SOMEBODY HELP THEM Hey, I'm alive, asshole! Here they come! Reloading! We need help up front! Blue on blue! We need help over here, actually! Okay, man, can you drop down, probably? With the drop team damage? Okay Reloading! We're covering them! Oh, I've got to go! I've got to go! I've got to go! I've got to go! Any second now! I'm ready! Who else wants some? The doors are clear, let's go! Okay Who's next? Who's next? Infected! We're good? Let's go, then. Got something here? Not out, yeah. Hey, this looks like a way in. The screamer! There's a screamer out there! This ain't standard issue. Not by a long shot. Watch it! I'm reloading! Cover me! Check out the lurker! The keypad's busted. Let's check the wiring. Ah, cool, it's just a loose fuse. My van had this problem once. Easy fix. Easy fix. Success! We have door access. Don't make a sound! That's... ...we have to be done. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist doch wunderschön. Dann müssen wir das zweite. Das war immer dry. Guck mal, das Spiel sind im Saftens, was wir so lange gebraucht haben. Get out of this deathtrap. Reloading! One of those crazy ladies is out there. Took the infector out. Shit! The tanks just went up! The security door is locked. We need to find a key card. So, the A&G is probably the last one. Of course. I hate those assholes. Dude, look. I'm reloading, cover me! There's a stalker up ahead. There's a bomber out there! Stay back! Come on, that key card has to be around me. Keep quiet! Gas is at the second floor and rise it. Yes, let's get the hell out of here. So, you think they're trying to keep us away from the gas? Yep. Rear patrol to convoy. Rear patrol to convoy, over. Complete the demo team's mission before crossing the bridge. Convoy will provide artillery support. See you on the other side. Holy shit, fat boy. Reloading! Go, go, go! Fucking run! Not in his car. Not in his car. Not in his car. Sie haben endlich geholfen. Sie könnten einen uns verletzen. Ich brauche einen Minus, Baden. Ich bin entdeckt. Wir brauchen einen Minus. Ich brauche einen Minus. Rear patrol, convoy actual. Demo team was outfitted with C-4 and thermite charges. Attach C-4 to the marked bridge supports. Not now. Fine now. I caught the bomber. We've got a bolt. No more bolt. Area clear. Defense kit ready to go. Check this out. Machine gun ready. I got an auto turret running. Swarm. Swarm coming. Everybody get ready. Here they come. Reloading. Screamer is the priority. Zombie on the go. We've found a defense kit. Mortar ready to fire. Da kommen sie alle. Die. Undersens krug. Die knacken. Uh. Wie noch eine andere. SCHWARF. Die. 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 Oh, zu. Ah, da sind wir. Ich habe eine Grenade! Who's next? Don't kill me! They're moving in! We got it open! Hell yeah! Alright, load up on C4. Get the screamer! Alright people, take your C4 and stick it anywhere you see a marker. I'm ready! Who else wants some? We need all the marker supports to have C4 on that barrier, because this doesn't work. Thank you for holding me! Let's go! Lock it! Reloading! Here they come! Come on guys, let's plant this shit and get out! I love it! Cover me! Fuck yeah, let's go! Oh, I said me. Uh-huh. Nice. Mission accomplished. Good luck following us now, assholes! Yeah, they always said I was good at burning bridges. Holy shit! Look at that thing go! Max Level erreicht, yo! Max Level erreicht, yo! Level Cap, wo du nicht erhöht. Ah, ich kann doppeln dann. Ah, okay, nice. Aus dem Bug. Gut. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der nächsten Mission. Bis dahin, macht's gut! Ciao, ciao! Bye, sch childcare. Auf geht's Healthcare! Ciao! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020